Schneller, individueller und noch faszinierender. So präsentiert sich ab sofort der neue Internetauftritt von BMW Deutschland. Die Navigation wurde überarbeitet und effizienter gestaltet. Die übergeordneten Menüpunkte wurden grafisch abgesetzt und die Unterpunkte sind einfach zu erreichen. Mit nur einem Klick erreicht man so das gesuchte Ergebnis. Ein weiterer Weg ist die Eingabe des gesuchten Begriffs in der neu entwickelten Suche. Diese zeigt neben einer automatischen Vervollständigung auch Live-Suchergebnisse an. Gelangen Sie nun noch schneller zu Ihrem Wunsch BMW. Mit der neuen BMW.de sind alle Modelle wesentlich schneller auffindbar. BMW-Serviceleistungen und aktuelle Themen rund um die Marke finden Sie nun übersichtlich auf einen Blick. Der vollkommen neu entwickelte Neuwagenkonfigurator bietet einen schnellen und intuitiven Weg, sich sein Automobil zusammenzustellen. Zudem lässt sich die Auswahl des BMW-Modells durch umfangreiche Voreinstellungen wie etwa Fahrzeugtyp oder Motorleistung noch individueller eingrenzen. Alternativ können Sie Ihren Wunsch-BMW auch direkt anwählen und je nach Auswahl in der 360-Grad-Ansicht anzeigen lassen. Schon im Auswahlprozess wird Ihnen eine Palette an Farben und Materialien angezeigt. Der virtuelle BMW nimmt Schritt für Schritt Gestalt an, bis er Ihren ganz persönlichen Wünschen entspricht. Seien Sie Ihr eigener Interieur-Designer. Spielen Sie mit dem Slider die unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten durch und testen Sie Farbvarianten und Materialien im direkten Vergleich. Auch über tagesaktuelle Finanzierungsmöglichkeiten können Sie sich im Konfigurator informieren und direkt ein Angebot von Ihrem BMW-Partner anfordern. Zur Terminvereinbarung für eine Probefahrt gelangen Sie mit nur einem Mausklick. Unter Mein BMW lässt sich das soeben konfigurierte Modell abspeichern und später wieder abrufen. Bis zu 20 individuelle Konfigurationen finden hier Platz, die Sie mit Freunden und Bekannten unkompliziert über soziale Netzwerke teilen können. Mein BMW hält Sie zudem jederzeit automatisch über speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote auf dem Laufenden. Erleben Sie beispielsweise eine exklusive Testfahrt oder erfahren Sie mehr über praktisches Zubehör für Ihren BMW. Immer informiert bleiben Sie natürlich auch weiterhin mit BMW TV. Der neue Internetauftritt von BMW Deutschland. Mit nur wenigen Klicks kommen Sie der Marke BMW nun noch näher.